das intensive atmen macht mich auch ein bisschen nervig ja 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 Das war's für heute. das hat mich glaube ich ein bisschen beeilend aber keine Angst, ich guck doch nicht nach hinten ich versteck mich erst mal die verrückt mich noch was sind das da für Nägel, das weiß ich immer noch nicht ach ich habe jetzt eine neue automatisch benutzt mein Gott ich glaube ich brauche mal Psychopharmaka oder so wir machen mal Licht an, ich wollte eigentlich Platz an, wir sparen mal Licht aber was ist das oh mein Gott greift er mich an? ich kann doch gar nicht ich kann doch gar nicht schießen ja, so plötzlich grad auch, ey hä? das verstehe ich jetzt nicht ich kann doch nicht schießen äh, das soll man ja noch verstehen ich kann doch nicht schießen ich kann nicht ich kann nicht schießen ich kann doch nicht mal sowas werfen ok doch jetzt schon gut Leute da muss ich mal ganz kurz mal hier mal Pausen machen und mal gucken was mit meiner Maus los ist ok ich bedanke mich so Leute wisst ihr was passiert ist ich hatte doch nachgeguckt bei der wie man dieses Healpack einsetzen kann da hatte ich doch das Coup weg gemacht außer es ist die linke Maustaste somit ist die linke Maustaste zum Schießen auch dabei dann weggegangen also eigentlich ging alles so viel auf einmal komm mal ja toll das war jetzt toll komm ich aber doch so nicht nach ey jetzt weiß ich wieso ey na komm also die Flitzen noch einstecken das ist ja was ey ach du scheiße da bin ich auch nein da bin ich rein also muss ich jetzt hier lang da bin ich Oh Gott, ne. Monion. Riesenmäuse Nein, das ist noch einer So, weiter geht's Kann ich hier lang? Oh Gott, ich weiß nicht Ich versuch's einfach mal Los Scheiße Warum kann er nicht hochspringen, ha? Ja, nun steck ich hier fest OMG, sowas liebe ich, ja? Ich hätte auch mal gucken können, wo ich lang muss Ah, ich muss natürlich in die andere Richtung Ähm, ja, komm So, ich muss jetzt da lang Komm, 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 komm Scheiße, scheiße, scheiße Da kommen wir nicht lang Warum kommen wir da nicht lang? Okay, wir gehen hier hoch Wir gehen da hoch, wir gehen da hoch, wir gehen da hoch Oh Gott, oh Gott, oh Gott Wo sind wir denn? Ähm Ah, okay Okay, Medic Pack ist nicht notwendig. Okay, ich versteh schon. Sorry Leute, ich habe gerade etwas. Ich weiß, dass ich ruhig bin, aber ich muss kurz hier, echt schwierig. Ich muss ihn doch jetzt nicht töten, oder? Ich weiß, das ist doch nicht er, oder? Ja. Naja, einfach mal alles mitnehmen. Okay, wir müssen hier hoch. Natürlich da, wo es leuchtet. Komm, warum kommen wir nicht in so eine scheiß billige Tür rein? Scheiße, muss ich jetzt ernsthaft? Äh, wir versuchen das mal. Oh, wir haben es geschafft. Oh, super. Also, ich dachte, der sagt jetzt was. Eine tote Stadt. Die haben sie erreicht. Okay. 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 Gut, dann haben wir das hier auch hinten, ne? Also, leider konnte ich jetzt echt nicht wegen dem Schneiden. Ähm, wie lange wir jetzt hier schon sind. Erstmal laden wir die Batterie auf. Ach, die ist ja relativ gut. Habe ich gerade eine Maske, äh, eine Gasmaske auf. So. Den Jungen hat es auch aus der Fetzte. Ja, jetzt haben wir den Eingang gefunden. Und jetzt muss ich mich mit, äh, ihm treffen hier. Genau. Ach, du Scheiße. Jetzt, ja, das war ein bisschen Ferien, ne? Hallo, ist da jemand drin? Meine? Ne. Ja. Alter. Das ist nicht normal, ey. Wo ist der denn nur? wir kommen dafür da ich doch von reine guckt da war nicht ihr wartet doch ist frei komm raus vertrau mir da ist er nicht gern sollen wir ihn töten ach du scheiße dass uns weitergehen das sehe ich genauso wie draußen sind wir viel zu geil scheiße kannst du sie hören lass uns ein Stück zurückfallen ich bin ein bisschen schrecklich ich bin ein bisschen schrecklich oh wie lange steht denn der der komm 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 du bist ma scharnia oh gott das ist das hier muni fehlt was scheiße jetzt volle kraft voraus atom mir nach was das wäre jetzt die volle kraft nach vorne achso wir haben es geschafft kapitel 3 tschau erschreckte es mich dass meine stadt nun ein fremder und feindlicher ort war ich hatte mich hier sicher gefühlt in der dunkelheit der metro umso mehr als bürben behauptete er hätte in der trockenen station freunde aber dies hatte er bestimmt nicht höre gut zu die station ist unter kontrolle der banditen wir müssen leise sein und uns umsehen wenn wir meine freunde nicht sehen müssen wir weg ja und ich glaube hier haben wir auf und das können wir uns das nächste mal noch ein bisschen angucken und dann bedanke ich mich fürs zusehen und sorry dass ich einfach so ein paar probleme hatte äh und auch ja ich hab irgendwie heute nicht so viel geredet aber muss man auch nicht bei so einem Spiel also danke tschüss tschüss